Ist man erst einmal in den Schlingen des Gesetzes, dann ist es meist immer zu spät, seine Unschuld zu beweisen. Be Draven Das heutige Video ist ein kleiner Ableger zu meinem letzten Video mit dem Titel Unschuldig zum Tode verurteilt. Wie ich dort erwähnte, hatte ich ursprünglich vor, die Geschichte von 10 Personen zu erzählen. Doch das Video wäre zum einen eindeutig zu lange geworden und bei zwei Personen, die ich ursprünglich ausgewählt hatte, kam ich zu dem Schluss, dass hier ein eigenes Video erstellt werden sollte. Deshalb entschied ich mich dazu, mich bei meinem anderen Video auf die Todeskandidaten der USA zu beschränken. In diesem Video werden wir uns aber nach Japan begeben. Ja, auch dort existiert immer noch die Todesstrafe. Vollstreckt wird sie durch Erhängen bis zum heutigen Tag. Das und einige andere Aspekte brachten mich dazu, Sakei, Menda und Masao Akabori dieses eigene Video zu widmen und sie nicht wie ursprünglich geplant in dem letzten Video unterzubringen. Kurz zu meiner Vorgehensweise in diesem Video. Ich werde zunächst die beiden Fälle der japanischen Todeskandidaten verkürzt vorstellen. Dann werde ich intensiver auf die Probleme der japanischen Strafverfolgung eingehen und auf die Todesstrafe, aber auch auf den Strafvollzug in Japan. Von Akabori konnte ich leider kein Bild finden, nur von Menda. Das Video hat also nicht sehr viele Originalbilder zu bieten, aber ich hoffe dennoch sehr, dass euch dieses Video gefallen wird und ihr darauf Lust habt, mit mir in den Kommentaren darüber zu diskutieren. Über ein Like und oder Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Für euch wäre das kostenlos. Mein kleinen Kanal hier würde das aber sehr viel weiterhelfen. Akabori Masao wurde das wohl abscheulichste aller Verbrechen zur Last gelegt, nämlich die Entführung, den Missbrauch und die Ermordung eines kleinen Kindes. Im März des Jahres 1954 wurde in einem Waldgebiet in der Nähe eines Flusses in Shimada, Shisuoka, südwestlich von Tokio, die Leiche der sechsjährigen Hisaku Sano gefunden. Das Mädchen war missbraucht und erdrosselt worden. Wie genau die Behörden auf Masao Akabori kamen, konnte ich nicht wirklich herausfinden, doch es heißt, er habe eine Sprachbehinderung und eine Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen gehabt und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung obdachlos gewesen. Er wurde im Mai 1954 verhaftet. Er gestand das Verbrechen bei der polizeilichen Befragung, doch sehr zeitnah zog er das Geständnis jedoch wieder zurück und behauptete, er sei von der Polizei zu einem Geständnis gezwungen worden. Er sei gefoltert worden. Fortan beteuerte er seine Unschuld. Das Gericht entschied gegen ihn, er wurde zum Tode verurteilt. Sein Urteil wurde zwei Jahre später vom obersten Gerichtshof bestätigt. Insgesamt verbrachte er über 30 Jahre in Haft, mit dem Gedanken, dass man ihn jederzeit abholen und zum Galgen führen könnte. Einmal hätten die Wärter versehentlich seine Zelle aufgesucht und erst als sie versuchten, ihn wegzuschleppen, hätten sie festgestellt, dass sie die falsche Zelle erwischt hätten. Akabori sagte, dass er danach jahrelang nicht habe sprechen können. Sein Wiederaufnahmeverfahren begann im Oktober 1987 nach vier erfolglosen Berufungen und erstreckte sich über zwölf Anhörungen. Im Wiederaufnahmeverfahren, das die Verurteilung aufhob, entschied der Vorsitzende Richter Toshinobu Osaki vom Bezirksgericht Shizuoka, dass Akaboris ursprüngliches Geständnis nicht voll glaubwürdig sei und keine anderen Beweise gefunden worden seien, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen würden. Die Staatsanwaltschaft hatte die erneute Bestätigung des Todesurteils gefordert. Es wurde behauptet, dass Akaboris Geständnis zur Entdeckung eines Steins geführt habe, mit dem das Mädchen angeblich geschlagen worden sei, bevor es erwürgt worden war. Doch der Richter entschied, dass die Entdeckung des Felsens nicht mit dem Geständnis zusammenhänge. Fast unmittelbar nach der Entscheidung wurde Akabori aus der Haft entlassen. Da war er 59 Jahre alt und zu jenem Zeitpunkt erst der vierte Insasse Japans, der aus der Todeszelle entlassen worden war. Dutzende von Menschen hatten sich eingefunden, um seiner Entlassung beizuwohnen. Sie jubelten, schwenkten Banner. Akabori bedankte sich bei seinen Unterstützern, bevor er mit seinem Bruder, der ihn abholte, in einem Bus stieg in Richtung Freiheit. Bei einem Treffen mit seinen Unterstützern berichtete Akabori, dass er ständig mit der Angst habe leben müssen, getötet zu werden. Hierzu muss man wissen, dass in Japan die Todesstrafe ausschließlich durch den Strang verstreckt wird und die Verurteilten nur wenige Stunden vor ihrem Tod benachrichtigt werden. Die vielen Jahre in Haft hatten jedoch ihre Spuren hinterlassen. Er kam bei seinem älteren Bruder unter, litt jedoch unter schweren Schlafstörungen. Er sei verwirrt gewesen, denn die Welt hatte sich in der Zeit, die er hinter Gittern verbracht hatte, sehr verändert. Es sei ihm auch immer sehr schwindelig geworden, wenn er Tokio besucht habe und zu den hohen Gebäuden aufblickte, die es im Jahre 1954 noch nicht gegeben hatte. Akabori erhielt eine Rekordentschädigung von 920.000 US-Dollar für seine unrechtmäßige Verurteilung und die 12.660 Tage, die er in Haft verbringen musste. Es war die höchste Summe, die je als Entschädigung gezahlt worden war. Akabori erklärte, dass er etwa die Hälfte des Geldes an sein Team von 20 Anwälten weitergeben wolle, von denen einer ihn 34 Jahre lang kostenlos vertreten habe. Er werde einen Teil des Geldes behalten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und den Rest an das Netzwerk von Basisorganisationen spenden, die sich gegen die Todesstrafe aussprechen und sich für die Rechte der Angeklagten einsetzen, also den Menschen, die ihm das Leben gerettet haben. Die zweithöchste Entschädigung von 540.000 US-Dollar wurde an Sakey Menda gezahlt, der insgesamt 12.599 Tage in Haft verbrachte, bevor seine Verurteilung wegen Mordes im Juli 1983 aufgehoben wurde. Er war auch der erste Mensch, der in Japan durch ein Wiederaufnahmeverfahren aus dem Todestrakt entlassen wurde. Nach seiner Freilassung verbrachte er den größten Teil seiner Zeit damit, sich als Menschenrechtsaktivist für die Abschaffung der Todesstrafe einzusetzen und Änderungen im Justizsystem von Japan zu fordern. Tatsächlich gehörte er auch zu der Menge der Unterstützer, die für Akaboris Freilassung demonstriert hatten. Menda war 23 Jahre alt, arbeitete als Landarbeiter, lebte in Armut und war Analphabet, als er im Jahre 1948 zum ersten Mal von der Polizei verhaftet worden war. Sein Vergehen? Reisdiebstahl. Am 30. Dezember desselben Jahres wurde in das Haus eines Priesters in Hitoyoshi in der Präfektur Kumamoto auf der Insel Kyushu eingebrochen. Er und seine Frau wurden mit einem Messer und einer Axt ermordet. Ihre beiden Töchter, 12 und 14 Jahre alt, wurden verletzt, überlebten den Angriff jedoch. Wie genau man auf Menda letztlich gekommen war, konnte ich nicht herausfinden, doch am 13. Januar 1949 wurde er verhaftet und dieses Verbrechens beschuldigt. Menda beteuerte seine Unschuld und hatte tatsächlich auch ein Alibi vorzuweisen. Er berichtete, dass er am 30. Dezember, dem Tag der Morde, mit einer Prostituierten in einem Gästehaus gewesen sei. Sein Alibi zählte für die Polizei jedoch nicht. Mehr noch, wie sie viel später herausstellten sollten, haben die Polizisten die Prostituierte, die auch Schutzgeld an sie zahlte, dazu gebracht zu behaupten, das Treffen mit Menda habe an einem anderen Tag stattgefunden. Die Polizei hielt Menda 23 Tage fest, ohne ihm Zugang zu juristischem Beistand zu gewähren. In dieser Zeit habe man ihm Nahrung und Schlaf verweigert, auch habe man ihn dursten lassen und ihn mit einem Bambustock geschlagen, während er kopfüber von der Decke hing. Mendas Tagebuch, welches er in seiner Haftzeit schrieb, kann entnommen werden, dass ein Beamter ihn mit einer 1,8 Liter Flasche Sake gedroht habe, wenn er nicht gestehe, würde er die Flasche aus seinem Kopf zerbrechen. Nach seiner Freilassung berichtete Menda bei einer Podiumsdiskussion von Amnesty International im UN-Gebäude in New York zudem, dass die Ermittler während seines Verhörs in drei Teams aufgeteilt waren, die ihn abwechselnd verhört hätten. Durch Zwang, Erpressung, Suggestie-Fragen und brutale Gewalt seien sie entschlossen gewesen, ein Geständnis von ihm zu erzwingen. Nach 23 Tagen war Menda bereit, das von der Polizei vorgelegte Geständnis zu unterschreiben. Im März 1950 begann schließlich das Verfahren gegen Menda. Auch der Staatsanwalt habe nichts von seinem Alibi hören wollen. Als er es einfordern wollte, habe dieser gemeint, Lüge nicht. Je mehr sie lügen, desto schwerer wiegt das Verbrechen. Sagen sie die Wahrheit und tun sie Buße für ihr Verbrechen. Du wirst in die Hölle kommen, solange du dich entscheidest, zu lügen. Am 23. März 1950 wurde Menda schließlich zum Tode durch den Strang verurteilt. Eine Entscheidung, die am 25. Dezember 1951 durch ein Urteil vom obersten Gerichtshof bestätigt wurde. Vor diesem Prozess sei er nur einmal von einem Anwalt besucht worden, der Menda, anstatt ihm eine Rechtsberatung zu geben, einfach gesagt haben soll, dass er sein Schicksal akzeptieren solle. Er würde für ihn beten. Nach der Verurteilung wurde Menda auch von seinen Eltern verstoßen. Seine nun folgende Zeit in Haft verbrachte Menda in einer ständig überwachten, nur 5 Quadratmeter kleinen Zelle, die Tag und Nacht beleuchtet wurde und keine Heizung hatte. Wie bereits erwähnt wurde, kann nach dem japanischen Strafgesetzbuch von 1907 Todestraktinsassen jederzeit ohne Vorankündigung an den Galgen gebracht werden. Und so musste er wie Akabori auch mit der ständigen Angst leben, dass er der Nächste sein könnte, den man abholte. Er berichtete später, dass der Morgen des Tages einer Hinrichtung immer extrem unheimlich gewesen sei. Es sei so still gewesen, dass man eine Stecknadel habe fallen hören können. Die Stille sei schließlich von den Gefängniswärtern durchbrochen worden, die in Scharen kamen und die Gefängniszellen des Todeskandidaten mit einem Klirren geöffnet hätten. Menda, der vor seiner Verhaftung eben Analphabet gewesen war, lernte im Gefängnis lesen und schreiben, damit er Anträge auf Wiederaufnahme seines Verfahrens stellen konnte. Sich kampflos seinen Schicksal ergeben, war keine Option. Er wollte weiterkämpfen. Sechsmal beantragte er die Wiederaufnahme des Verfahrens, bis er schließlich im September 1979 Erfolg hatte. Sein Fall wurde wieder aufgerollt. Knapp vier Jahre später wurde er im Alter von 54 Jahren freigesprochen. Es wurde anerkannt, dass er unter Zwang und Folter ein falsches Geständnis abgelegt hatte und die Staatsanwaltschaft nicht nur versucht hatte, sein Alibi zu verschleiern, sondern auch entlassende Beweise nicht offengelegt hatte. Ein Jahr nachdem Menda freigelassen wurde, wurden zwei weitere Männer in Japan aus dem Todestrakt entlassen, nämlich Shigeyoshi Taniguchi und Yukio Saito. Auch sie seien, wie Menda, unter Folter gezwungen worden seien, einen Mord zu gestehen, woraufhin auch sie zum Tode verurteilt wurden. Obwohl diese Justizirrtümer in Japan Schlagzeilen machten, führten sie nicht zu einer nennenswerten Debatte über die Todesstrafe im Land. Menda erhielt 700 Yen für jeden Tag, den er unschuldig im Gefängnis verbracht hatte. Nach heutiger Umrechnung etwa 4 Euro pro Tag. Insgesamt erhielt er rund 90 Millionen Yen, dürften in Euro etwas über eine halbe Million sein. Die Hälfte von diesem Geld spendete Menda an eine Gruppe, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzt. Auch sonst widmete er den Rest seines Lebens dem Kampf gegen die Todesstrafe und war eben auch einer der Unterstützer, die für Akaboris Freilassung gekämpft hatten. Die Nummer 4, die aus dem Todestrakt entlassen wurde. Menda hielt Reden in Japan, aber auch im Ausland, bis ins hohe Alter. Im Alter von 95 Jahren starb er eines natürlichen Todes in einem Pflegeheim in der Präfektur Fukuoka. Akabori und Menda und die beiden anderen, die kurz erwähnt wurden, waren keine Einzelfälle, was sie alle gemeinsam hatten, einen Mangel an konkreten Beweisen und die Tatsache, dass alle Angeklagten gezwungen wurden, ein Geständnis abzulegen. Es heißt, japanische Staatsanwälte hätten mit einem geringen Staatsbudget zu kämpfen und würden Fälle deshalb nur dann vor Gericht bringen, wenn sie sicher sind, dass sie diesen auch gewinnen. Das scheint auch der Hauptgrund dafür zu sein, dass die Verurteilungsrate in Japan mit über 99% ungewöhnlich hoch ist. Auch werden Verfahren nur selten eingestellt. Zwischen 2020 und 2021 gab es nur zwei Fälle, zwischen 2006 und 2019 keinen einzigen und das sprechen wir von allen Verfahren, also von kleinen Diebstählen bis hin zu Tötungsdelikten. Obwohl diese Art der Rechtsprechung teilweise für Japans niedrige Kriminalitätsrate verantwortlich gemacht wird, geht dies erheblich auf Kosten der Menschenrechte. Bedürftige wie Akabori oder auch Menda haben keinen Zugang zu Pflichtverteidigern, bis sie angeklagt werden. Familienmitgliedern werden nicht benachrichtigt, wenn Verdächtigte in Gewahrsam genommen werden. Die Strafprozessordnung sieht zwar vor, dass die Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich ohne Inhaftierung ermitteln sollen, doch können Staatsanwälte die Inhaftierung von Verdächtigen beantragen, indem sie Fluchtgefahr, Beweisvernichtung oder andere Gründe anführen. Wird man verhaftet, gilt der Grundsatz, schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Viele Menschen, Männer wie Frauen, die in die Fänge dieses Justizsystems geraten sind, berichten von Menschen unwürdiger Behandlung. Sie seien von Wärtern angeschrien und immer in Handschellen gefesselt worden seien. Sie hätten auch keinen Augenkontakt zu anderen Menschen haben dürfen. Außerdem seien sie täglich stundenlang ohne Anwalt verhört worden. In Japan kann die Polizei zu Beginn 10 Tage Untersuchungshaft anordnen und diese dann auf bis zu 23 Tage verlängern. Es gibt jedoch noch Möglichkeiten, die Haft noch weiter auszudehnen, indem die Personen mehrfach festgenommen werden und neue Anklagen erhebt werden. So kann jemand zum Beispiel wegen Hausfriedensbruch festgenommen werden, aber nach Ablauf der ersten Untersuchungshaft erneut wegen Raubüberfalls. Laut japanischen Rechtsexperten soll dies eine beliebte Methode der Polizei sein, um Geständnisse erzwingen zu können. In diesem System spielen jedoch nicht nur die Polizei und die Staatsanwälte eine Rolle, sondern auch die Richter, da sie über Kautionen entscheiden können. Dies geschieht jedoch nur selten. Kaution wird im Allgemeinen nur denjenigen gewährt, die gestehen. In den Untersuchungsgefängnissen werde unerbittlicher Druck auf die Verdächtigen ausgeübt, um Geständnisse zu bekommen. 24 Stunden lang würden die Verdächtigen in kleinen Zellen, auch Vogelkäfige genannt, überwacht. Ihnen werde der Schlaf entzogen, sie hätten kaum zu essen bekommen und ihnen sei der Gang zur Toilette immer wieder für lange Zeit verwehrt worden. Verdächtige seien angeblich auch durch das Versprechen einer Freilassung gegen Kaution oder das Privileg, eine warme Mahlzeit zu bekommen, zu einem Geständnis verleitet worden. Auch psychologische Drohungen seien vorgenommen worden. So sei den Verdächtigen unter anderem damit gedroht worden, dass Mitglieder ihrer Familie verhaftet oder ihre Geschäfte zerstört werden könnten. Vor allem Berichte über körperliche Misshandlungen während der Befragungen finden sich häufig. Verdächtige seien manchmal mit Handschellen gefesselt und an Stühlen in winzigen Verhörkabinen gefesselt worden, wo sie von den Ermittlern während der täglichen Sitzungen von 10 Stunden oder mehr angeschrien worden seien. In den Berichten der UN-Menschenrechtskommission finden sich zwei Fälle aus dem Jahre 1985, in denen einem Verdächtigen der Kiefer gebrochen wurde und einem anderen, dem ein scharfer Gegenstand unter die Fingernägel gedrückt wurde. Beide Verdächtige gestanden die Tat, die ihnen vorgeworfen wurde. Es finden sich viele solcher Berichte, Betroffene davon Männer wie Frauen. Vielleicht kommt auch hierzu nochmal ein zweites Video. Material genug ist vorhanden, auch mehr zum Thema des japanischen Justizsystems. Vor allem nach der Freilassung von Akabori wurden die Methoden, mit denen Geständnisse erzwungen wurden, infrage gestellt. Und tatsächlich wurden auch Änderungen am Untersuchungshaftsverfahren vorgenommen, wie zum Beispiel die Einführung von Audio- und Videoaufzeichnungen, zumindest in begrenzten Fällen, sodass die Gewalt, die in der Vergangenheit von den Staatsanwälten und ausführenden Beamten angewendet wurde, heutzutage unwahrscheinlicher ist. Auch Strafverteidiger erhalten mehr Zugang zu ihren Mandanten. Doch für Kritiker sind die vorgenommenen Änderungen jedoch nicht annähernd weit genug gegangen. Es fehle immer noch an Transparenz und weiterhin werde immer noch viel zu viel Wert auf Geständnisse gelegt. Vor allem wird gefordert, dass Dayo-Kan-Goku-System, in dem die Verdächtigen eben 23 Tage lang ohne Anklage festgehalten werden können, abgeschafft wird. Auch hält Japan an der Todesstrafe fest, ausgeführt nur durch den Strang. Damit gilt Japan neben den USA zu den letzten hochindustrialisierten Staaten, in dem weiterhin Todesurteile vollstreckt werden. Das japanische Recht sieht die Todesstrafe für 18 Straftaten vor. Doch seit 1967 wird die Todesstrafe ausschließlich für Mord, Raubmord und Sprengstoffanschläge mit Todesfolge ausgesprochen. Neben den schon mehrfach erwähnten Fakt, dass Angeklagte häufig kein angemessener rechtlicher Beistand gewährt wird, fehlt auch ein obligatorisches Rechtsmittelverfahren bei Kapitalverbrechen. Zudem sind mehrere Fälle bekannt, in denen Gefangene mit geistigen Behinderungen oder Einschränkungen hingerichtet wurden oder sich noch immer im Todesstrakt befinden. Zum Jahresende 2020 befanden sich in Japan 120 zum Tode Verurteilte in Haft, darunter sieben Frauen. Sie alle müssen eben damit rechnen, dass das Todesurteil an ihnen vollzogen wird, ohne zu wissen, wann ihr letzter Tag gekommen sein wird. Denn die Vollstreckungen durch Erhängen finden meist unter Geheimhaltung statt. Den Verurteilten wird entweder erst einige Stunden vor der Exekution oder gar nicht im Vorhinein mitgeteilt, dass sie hingerichtet werden. Manche erfahren somit erst von der bevorstehenden Hinrichtung, wenn sie aus ihrer Zelle zum Geigen geführt werden. Als Henker fungieren gewöhnliche Gefängnisaufseher. Die Familienangehörigen werden gewöhnlich erst nach der Exekution davon in Kenntnis gesetzt. Die Regierung begründet das angewendete Fahren damit, dass es verhindern solle, dass die Gefangenen vor ihrer Hinrichtung leiden müssen. Eine wirklich zynische Begründung. Die geheimen Hinrichtungen verstoßen gegen das Völkerrecht und internationale Standards für die Anwendung der Todesstrafe. Verschiedene Gremien und Experten der Vereinten Nationen haben dies und das Fehlen weiterer angemessener rechtlicher Schutzmaßnahmen, wie die obligatorische Möglichkeit zur Einlegung von Rechtsmitteln, für die in Japan zum Tode verurteilten, wiederholt kritisiert. Amnesty International hat immer wieder die menschenunwürdigen Haftbedingungen in den japanischen Todestrakten kritisch hinterfragt, die sich nicht wirklich von denen in Untersuchungshaft unterscheiden. Denn auch hier werden die Menschen extrem harten und demütigenden, disziplinarischen Regelungen unterworfen. Die Gefängnisvorschriften sehen unter anderem vor, dass Todeskandidaten in Einzelhaft gehalten werden, während des ganzen Tages in derselben Position sitzen oder knien müssen. Grundbedürfnissen wie Essen oder auch Schlafen dürfen sie nur nach Erlaubnis nachgehen. Die Zellen werden auch ständig videoüberwacht und das Licht wird auch nachts nie ganz ausgeschaltet. Abgesehen von kurzen Hofgängen ist es Gefangenen weder erlaubt, einander anzuschauen noch miteinander zu sprechen. Auch an die Werte dürfen sie nicht unaufgefordert das Wort richten. Jeder Verstoß wird vom Gefängnispersonal streng bestraft. Auch sind die wirkürlichen Einschränkungen in ihrem Recht auf Kontakt zur Außenwelt ausgesetzt. Sie dürfen lediglich Besuch von engen Familienangehörigen und, wenn überhaupt vorhanden, von ihren Anwälten erhalten. Diese Besuche sind begrenzt und werden überwacht. Auch der Briefverkehr ist eingeschränkt. Eine medizinische Versorgung erfolgt nur in sehr begrenzten Umfang. Die durchschnittliche Wartezeit im Todestrakt beträgt sechs Jahre. Einige Todeskandidaten sitzen jedoch bereits seit annähernd 50 Jahren in der Todeszelle. Die unmenschlichen Haftbedingungen und die jahrelange Unwissenheit führen nicht selten zu gravierenden psychischen Erkrankungen der Verurteilten. So hatten auch zwei zum Tode Verurteilte am 4. November 2021 beim Landgericht Osaka rechtliche Schritte eingeleitet, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie am selben Tag hingerichtet werden sollten. Die Männer beklagten, dass die Praxis der kurzen Benachrichtigung extrem unmenschlich sei und die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigen würde und die schnelle Ankündigung ihnen keine Zeit lasse, über das Ende ihres Lebens nachzudenken. Der Quelle nach stehe die Entscheidung des Bezirksgerichts noch aus und weitere Recherche nach scheint das Urteil hier noch nicht gesprochen worden zu sein. Die Hinrichtung der beiden Kläger wurde jedoch vorübergehend ausgesetzt. Trotz aller Kritik und trotz der Welle der Wiederaufnahmeverfahren in diesem Jahrzehnt und eines tatsächlichen Rückgangs der Anzahl von Morddelikten nimmt die Zahl der Todesurteile in Japan zu. Auch wenn die Hinrichtungen geheim sind, wird geschätzt, dass jedes Jahr zwei oder drei Verurteilte gehängt werden. So ist bekannt, dass im Jahre 2019 in einem Gefängnis in Tokio drei verurteilte Mörder gehängt wurden. Die Männer waren 65, 54 und 44 Jahre alt. Der 65-Jährige soll vor knapp 20 Jahren eine Tante, zwei Cousins und vier weitere Menschen getötet haben. Die Regierung von Tokio setzte damit ein Zeichen. Die Abschaffung der Todesstrafe stehe nicht zur Diskussion. Nach der Vollstreckung der Todesurteile verlass der stellvertretende Kabinettssekretär Seji Kiyahara ein Statement, in dem er erklärte, dass die japanische Öffentlichkeit mehrheitlich der Meinung sei, dass die Todesstrafe für extrem bösartige Verbrechen unumgänglich sei. Es gebe weiterhin schreckliche Verbrechen, er finde es deshalb nicht angebracht, die Todesstrafe abzuschaffen. Tatsächlich zeigen regelmäßige Umfragen der Regierung, dass sehr viele Menschen in Japan für die Todesstrafe sind. Zuletzt im November 2019. Nur 9% der Befragten wollten sie abschaffen. 80,8% hielten sie in besonders schweren Fällen für nötig. Die einzige Hinrichtungsmethode seit 1882 bleibt das Erhängen. Im Jahre 1955 bestätigte der oberste Gerichtshof Japans, dass im Vergleich zu anderen Formen der Todesstrafe, wie die Enthauptung, das Erschießen oder eine Hinrichtung durch Strom oder Gas, das Erhängen aus humanitärer Sicht nicht als grausam angesehen werden könne. Und somit haben auch die Geschichten von Akabori und Menda keine wirkliche Veränderung bewirkt. So, nun sind wir auch heute wieder am Ende des Videos angelangt. Wie immer bin ich eben sehr gespannt auf Eure Meinung hierzu und freue mich darauf, mich in den Kommentaren mit Euch austauschen zu können. Wie ich schon erwähnte, würde ich mich über ein Like und oder Abo natürlich sehr freuen. Auch wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn Ihr die Glocke aktivieren würdet, um künftig kein Video von mir mehr zu verpassen. All das ist für Euch absolut kostenlos und wenn Ihr keine Lust mehr auf mich habt, könnt Ihr das alles auch mit einem Klick beenden. Hoffe aber, ich werde Euch keinen Anlass dazu geben. Ich gebe mir Mühe, einen gewissen Rhythmus bei der Veröffentlichung einzuhalten, aber das klappt nicht immer ganz so, wie ich es gerne hätte. Der Alltag lässt dieses Hobby manchmal besser, manchmal schlechter zu und ich lege wirklich sehr viel Wert auf eine gute Recherche. Also wenn ich finde, das passt noch nicht ganz, kommt es auch nicht online. sondern eben erst ein paar Tage später. Wie immer bedanke ich mich für Eure Zeit und Euren Support. Ich hoffe bis bald. Eure Genova Anima Eure Genova Anima Eure Genova Anima Eure Genova Anima